Und damit herzlich Willkommen zu einem weiteren Part, Let's Play Mutant. Ja, es geht wieder los, der letzte Blick ist dran und diesmal haben wir zuerst mal wirklich einen richtigen Müllcharakter am Start. Es hat immer einen Trainer gegen noch halbwegs, aber das ist jetzt überhaupt zu müssen. Denn ich habe Chaon Kudo für euch. Das ist, wie die Beschreibung gesagt hat, ein Rishia in ein Schlappohr verwandelt wurde. Interessant. Naja, sie hat auf jeden Fall nur einen Angriff und zwar einen Kick und kann blitzschnell hin und her schwimmen. Das war's. Und da sehen wir sie sogar schon. Ja, was ist das denn für ein Zufall? Jetzt sehe ich, der Entwickler hat es überhaupt keine Mühe gegeben. Aber es gibt noch Schlimmere. Der Robina ist auf jeden Fall stärker. Ich geb zurück. Ich geb zurück. Keine Ahnung, was das gerade war. Aber das muss ich mir nochmal in Zeitlupe ansehen. Keine Ahnung, was das war. Ach, zu Schande. Naja, ich sehe keine großen Chancen. Let's go. Und gleich mal Sonic Elexi, na super. Der ist der schnellste überhaupt. Und wie ich schon sagte, die ist schnell. Sehr schnell. Er teilt aber auch nicht so viel Schaden leider. Ich bin ehrlich gesagt, unsere Kämpfe werden auf jeden Fall auf Time Out entschieden. In diesem Part Ich habe auch hingefallen Nur einen Black-Play-Part Der nur durch Time-outs entschieden wird Time-out für uns Sonic ist der schnellste Kaskauk Im Spiel momentan Tja, der hat wohl seinen Meister gefunden Ein Sonic-Elixie, Entschuldigung Jetzt kommt er gar nicht mehr zum Zug So schnell ist er unterwegs Er ist momentan der Spitzenreiter wohlgemerkt Aber eigentlich liegt der Spitzenreiter halt nur bei K.O. durch sie Was? Die K.O. Sammels? Warum hat er die denn? Da hat er uns doch getroffen Ja, das wird heute nur ein Part Aus Time-outs Eieieieiei Und jetzt Ein wenig Spiel Mal gucken wie schnell wir das schaffen Das ist ein neues K.O. Das ist ein neues K.O. Das ist schlechter Naja Weiter geht's mit Pocket Essence Den müssen wir schaffen So schnell wie die unterwegs ist Wir sehen eine der neueren Stages Ich glaub die war dann wird mir noch nicht gezeigt Das ist ein neues K.O. Und das ist kein Sieg durch Time-out Sondern durch besiegen Okay Round 2 Fight Manikapil ist wirklich le- Leih Und da sind wir Locken Du sieg Didst Und da sind nicht Reich Dienst Sonn Und da sind doch so geschafft der ist nicht durch timeout gestorben sunshed gut okay los geht's auf auch einer stage die wir bisher noch nicht gesehen haben so schnell ist sie unterwegs ach du schande sie ist bis zum zug gekommen so fühle ich mich oft aber diesmal bin ich der ja but ja hier ist eine Dosis kommen hier an als Spieler als CPO bestimmt nicht Dark Hand Oh jetzt wird's lustig Enten tötende Massen auf der Dragon Ball Stage okay Round 1 Fight Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Enden wissen bestimmt nicht, was mit denen geschieht ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und jetzt habe ich es übertrieben. Ich habe das Spiel zum Abspielen gebracht.